Lukas, wir haben es ja nicht häufig, dass wir uns im Filmmagazin streiten. Wir sind uns eigentlich immer einig. Es gibt einen Film, der hat tatsächlich in den letzten fast zehn Jahren ein Filmmagazin, wo das nicht der Fall war. Und jetzt kommt eine Fortsetzung. Und ich glaube, es könnte so sein, ich glaube, es ist ja Zeit für den zweiten Streit. Oh, na, ich bin gespannt. Da bin ich gespannt, bin wirklich gespannt, ob es der zweite Streit wird oder ob wir uns doch nicht erstaunlich... Ob du endlich meine Meinung übernimmst. Ob das endlich so... Ob ich endlich deine Meinung einfach übernehme. Ob ich endlich der richtigen Meinung bin. Das werden wir heute herausfinden. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ob ihr zuschaut oder zuhört. Völlig egal, beides gut. Das eine geht bei YouTube und das andere im Podcatcher eurer Wahl oder bei Spotify oder sonst wo. Was ihr auch machen könnt, ist hier teilnehmen natürlich, indem ihr uns schreibt, uns beispielsweise Ideen für Filme liefert, über die wir mal sprechen können oder Serien auch natürlich gerne gesehen. Einer davon ist immer Thema pro Woche. Könnt ihr uns einfach zukommen lassen, eure Vorschläge. Mailet filmmagazin.org oder auf filmmagazin.org gibt es eine Kommentarfunktion. Oder ihr nutzt bei Instagram, schreibt uns eine DM oder kommentiert unter einen Short. Oder bei YouTube könnt ihr ja auch runter kommentieren. Jetzt habe ich, glaube ich, alles zusammengefasst. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, wer wir sind. Für diejenigen von euch, die Neuse... Ganz am Ende machen. Ja. Sagen wir dann ganz zum Schluss nochmal. Also ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Genau. Und wir sprechen einmal in der Woche über Film, Fernsehen und alles, was irgendwie dazugehört oder dazugehören könnte oder irgendwann vielleicht mal wird. Und eigentlich immer über aktuelle oder vergangene Veröffentlichungen im Film- und Serienbereich. Also gucken wir uns dann eine Serie oder einen Film genauer an. Das kann, wie gesagt, auch mal was ganz frisches, backfrisches sein, direkt aus dem Ofen. Oder eben schon, was ein bisschen liegt. Auch gerne mal in der Rückschau, was schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Also auch gerne aus den 50er Jahren. Oder auch älter, obwohl wir, glaube ich, aus den 40er Jahren hatten. Schon lange, lange her, dass wir da mal einen Film hatten. Ich glaube, unser Ältester war aus den 20er Jahren. Ich glaube, Metropolis dürfte so einer der Ältesten sein, die wir jemals besprochen haben. War schon ganz lange her. Ich weiß gar nicht, ob es noch älter mal was gab. Nosferatu hatten wir nie, ne? Ich glaube, der ist noch ein Jahr. Ich glaube, den haben wir noch nicht besprochen. Ich glaube, doch, 20er dürfte so das Älteste sein. Also, muss man auch sagen, vor den 20ern ist ja auch so viel nicht passiert. Natürlich haben wir bestimmte Sachen, filmhistorische Sachen schon mal angesprochen. Aber, dass wir so richtig einen Film ausgewertet haben, eher nicht. 40er hatten wir dieses Jahr aber schon. Ah, ja, hatten wir dieses Jahr schon. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war oder ob es noch letztes Jahr war. Egal. Kommt ja auch durcheinander. Egal. Ich fand aber sehr interessant, was wir in der vergangene Woche, weil das schließt so ein bisschen an. Vergangene Woche, da haben wir nämlich über Dungeons & Dragons, den Film, gesprochen. Der ist ja frisch bei Netflix reingetrudelt. War im Kino nur so ein mittelmäßiger Erfolg. Aber tatsächlich im Streaming relativ erfolgreich auf Netflix. Und auch, zumindest waren wir uns da einig. Ein ziemlich guter Film. Nicht, weil er irgendwie besonders herausgehoben oder besonders toll ist, sondern weil er einfach das klassische Konzept sozusagen nimmt oder ein klassisches Hollywood-Konzept nimmt und dann sagt, ich halte mich jetzt mal dran und ich nehme mir jetzt was vor und ich ziehe das von vorne bis hinten durch. Ich bin ein konsistenter Film, der unterhalten will. Nichts Tiefgründiges, aber ich will einfach unterhalten. Und das hat aus unserer Sicht ziemlich gut funktioniert. Und heute reden wir über ein Genre. Es ist natürlich jetzt der Halloween-Season. Deswegen, wir haben zwar im September auch schon mal über ein paar Gruselfilme gesprochen, aber wir haben uns gedacht, so ganz kommen wir nicht drum rum. Wir müssen jetzt wenigstens kurz vor Halloween oder in der Halloween-Woche, wenn ihr das hört, müssen wir jetzt wenigstens nochmal über einen Horrorfilm sprechen. Und auch da kann man ja vieles richtig, vieles falsch machen. Ich glaube, da ist es total schwer, was ganz Neues zu machen, was ganz Tolles zu machen, was einen richtig begeistert. Und anscheinend ist es auch ganz schwer, etwas zu nehmen, eine To-Do-Liste oder ein Rezept, was gut funktioniert und das konsequent durchzuziehen. Auch das fällt vielen Horrorfilmen sehr, sehr schwer, die dann sehr, sehr belanglos sind, sehr, sehr langweilig sind. Auch da haben wir schon über einige gesprochen. Heute reden wir, du hast es schon gesagt, über einen zweiten Teil, nämlich Smile 2, zu einem Film, wo wir uns sehr gestritten haben, weil ich fand den ersten Teil ziemlich gut, du fandest den ersten Teil ziemlich lame. Ja. Grob zusammengefasst. Ganz grob zusammengefasst. Ansonsten könnt ihr euch die Folge von vor drei Jahren, zwei Jahren? Kann sein, ja. Also zwei oder drei Jahre, glaube ich, ja. Das war der erste Teil auch relativ überraschend, zu guten Kritiken veröffentlicht wurde. Überraschend in dem Sinne, weil relativ unbekannt, auch der Film, Filmemacher dahinter, ich müsste, glaube ich, nochmal Parker Finn, heißt er, glaube ich, wenn ich das aus dem Kopf richtig habe. Genau. Der hat nämlich erst einen Kurzfilm gedreht mit dem Konzept von Smile, also dass es eine Art Monster gibt, was nur eine Person sieht, die von einem gewissen Fluch befallen ist und dieses Monster kann sich in verschiedene Wesen verwandeln und steckt da sozusagen im Kopf desjenigen, der verflucht ist und ernährt sich von dem Trauma der Person, weil meistens sind diese Personen, die befallen sind, haben irgendein schlimmes Schicksal hinter sich und davon ernährt sich dieses Monster und dieses Monster kann dann verschiedene Illusionen erzeugen im Kopf des Befallenen oder der Befallenen und das kann dann aussehen wie jeder andere Mensch, nur lacht oder hat dieses Wesen oder diese Menschen, die da erzeugt werden und dann ein ganz verzerrtes, schlimmes Lachen im Gesicht, woran man sie auch sofort erkennt, okay, das ist jetzt hier das Monster, was gerade wieder irgendein Spielchen spielt mit seinem Opfer. Ja, und das ist im Prinzip die ganze Story vom ersten Teil und der zweite Teil, dadurch, dass der erste Teil recht erfolgreich war, Smile war schon auch an den Kinokassen ein großer Erfolg, weil, wie es auch für Horrorfilme, die eine Fortsetzung bekommen, auch üblich ist, das war relativ günstig, der erste Teil, war dann halt ein Teil der Überraschungserfolg und hat deswegen jetzt auch einen zweiten Teil bekommen mit Smile 2. Da lässt sich ehrlich gesagt auch die Beschreibung, die ich jetzt euch gerade gegeben habe, lässt sich auch eins zu eins so auf den zweiten Teil übertragen. Er ist sein Monster treu geblieben. Er ist sein Monster auf jeden Fall treu geblieben, da gibt es eigentlich keine neue Entwicklung, nur es gibt ein neues Opfer. Neues Setting. Neues Setting, dadurch natürlich auch, weil wir hatten es jetzt im ersten Teil, hatten das mit einer Psychiaterin, glaube ich, zu tun, oder Therapeutin. Psychologin, glaube ich, Therapeutin, Psychotherapeutin, ja. Psychotherapeutin zu tun und im zweiten Teil ist es jetzt eine Popsängerin, ein Superstar, die quasi gerade aus einer sehr schweren Zeit kommt, weil es gab einen schweren Autounfall, wo ihr Ehemann oder Freund, Freund, glaube ich, auch Schauspieler. Und der Schauspieler gestorben ist und zum gleichen Zeitpunkt gab es auch große Drogengerüchte oder da gab es auch Beweisfotos, dass sie auch in ihrer, dass sie Drogen nimmt. Darüber hat sie natürlich die Klatschpresse hergezogen oder wurde natürlich auf den Plan gerufen. Natürlich mit diesem Autounfall zusammen war das natürlich das Highlight schlechthin. Dann ist sie in die Therapie gegangen, die Popsängerin, und kehrt jetzt zurück und ist sozusagen auf ihrer Reunion-Tour oder auf ihrer Entschuldigungstour. Sie ist sozusagen kurz davor, also sie bereitet sich gerade auf ihre Comeback-Tour vor. Genau. Und dann kommt aber, wie es kommen muss, kommt das Monster. Da steckt sie sich mit dem Monster an, weil das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, das wird immer weitergegeben dann. Also es führt immer dazu, dass sich die Person, die besessen ist von diesem Teil, von diesem Smile-Teil, sich suizidiert vor einer anderen Person und die Person, die das sieht, hat dann sozusagen dieses Monster und durchlebt dann sozusagen das Gleiche und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Vielleicht dazu kann man nur noch sagen, um die Story zu verstehen, also wie gesagt, sie hat enormen Druck, weil sie ist zurück und hat auch einige unterschiedliche Mittel an die Hand bekommen von ihrer Psychologin, wie sie mit Mechanismen, mit ihrem Trauma umgeht und so weiter, wenn das wieder zurückkommt und es scheint ja auch ganz gut zu gehen. Körperlich ist sie auch noch nicht so 100 pro auf den Damen, das merken wir auch. Sie hat mit dem Rücken echte Probleme, weswegen sie sich aufgrund ihrer Drogenvergangenheit, das muss man vielleicht dazu sagen, aufgrund ihrer Drogenvergangenheit, kriegt sie nichts Hartes verschrieben, keine harten Schmerzmittel. Die besorgt sie sich beim Drogendealer ihres Vertrauens, der sie dann infiziert im Prinzip mit diesem Smile-Monster. Ja, gut, mehr braucht man, glaube ich, auch gar nicht wirklich sagen. Wir spoilern, es wird trotzdem nicht ganz spoilerfrei durchgehen, glaube ich, weil wir werden an so ein paar Szenenpunkten und so, werden wir sicherlich mal drauf eingehen müssen, aber das ist im Prinzip die Handlung umrissen. Und vielleicht sagen wir erstmal dazu, weiß ich nicht, wie wir das finden, dass es genauso weitergeht. Also ich hatte ehrlich gesagt erwartet, oder was heißt erwartet, ich hatte gedacht, naja, vielleicht überlegen sie sich was ganz anderes. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es war vielleicht doch die richtige Entscheidung, genau so weiterzumachen. Weil, was dieser Film auf jeden Fall schafft, ist, du brauchst Smile 1 überhaupt gar nicht. 0,0, gar nicht musst du diesen ersten Teil gesehen haben. Also lasst euch, wenn ihr Horrorfilme mögt, nicht davon abhalten, dass ihr denkt, oh der zweite Teil brauchst du nicht, finde ich. Nicht mal für den Anfang, der nochmal ein bisschen zurück, den Blick zurückwirft, aber selbst wenn du das nicht weißt, egal, bumms. Da wurde ja auch innerhalb von zwei Minuten eigentlich auch alles erklärt, weil dann auch eine kurze One-Shot-Sequenz dort stattfindet, wo schon eine Figur quasi dieses Monster einführt und auch ganz kurz in einem Dialog quasi erklärt, in fünf Sätzen, wie das funktioniert. Und dann war es das auch. Also da wird dann quasi auch der erste Teil nochmal kurz zusammengefasst, wenn man so will. Und dann geht das auch schon direkt weiter. Deswegen kann man das durchaus als positiven Punkt sehen, dass man sich dann einfach an dem Erfolg des ersten Teils hält und einfach das Gleiche nochmal macht. Aber ja, man kann es natürlich auch ein bisschen kritischer sehen, dass hier sich dann auch wenig gewagt wurde, das eigentliche Konzept irgendwie weiter zu spinnen und vielleicht auf die nächste Ebene zu heben und vielleicht auch nochmal anders aufzugreifen und in einem ganz anderen Kontext, weil dadurch, dass es jetzt nur eine Popsängerin ist, die jetzt befallen ist, ändert sich für mich jetzt an der Struktur und auch an der Figurenzeichnung und auch wie dieses Monster auf die Figur wirkt, eigentlich nichts. Weil für mich hättest du jetzt halt auch die Hauptfigur aus dem ersten Teil auch mit der Hauptfigur aus dem zweiten Teil austauschen können. Wie die miteinander reagieren ist eigentlich jetzt, oder wie die zu den Monstern reagieren oder was da für Szenen entstehen, ist jetzt nicht groß anders. Das sind natürlich die Szenen, weil sich was anderes überlegt wurde, wie man halt das Monster, das ist natürlich dann bei einer Popsängerin, ist das dann die Fans manchmal, die sich da irgendwie in einem Bulg bilden und sich unbedingt ein Foto mit einem Popsternchen haben wollen, mit Sky Riley, so heißt sie, haben wollen. Dann ist natürlich eines dieser Fans ist dann das Monster mit diesem Grinsen im Gesicht. Okay, das kann man natürlich dann mit einer Therapeute nicht so gut machen, aber im Grunde sind das die gleichen Szenen, weil du nicht weißt, wer von denen ist jetzt gerade das Monster. Also, ah, da ist diese Figur mit dem Grinsen im Gesicht, ist das jetzt. Deswegen fand ich das dann am Ende, muss ich sagen, schon ein bisschen, auch durchaus ein bisschen mutlos, um es vorsichtig zu formulieren. Ich muss aber auch sagen, wir haben in einer der vergangenen Folgen über den Joker Teil 2 gesprochen und ich bin geheilt von mutigen Fortsetzungen, vermeintlich mutigen Fortsetzungen. Also lieber das gute Rezept nochmal ausgepackt und wobei du ja nicht der Meinung warst, dass es ein gutes Rezept ist, aber nochmal das gleiche Rezept, was funktioniert hat, nochmal ausgepackt und dann nochmal gemacht, als dann schlecht irgendwie versucht ein Musical draus zu machen oder so. Obwohl das hier tatsächlich auch super Sinn ergeben hätte, ne, daraus. Natürlich, also vielleicht das vorweg ausstattungstechnisch, ich finde diesen Kniff zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt eine Popsängerin, das fand ich schon gut, also das fand ich schon interessant, das ist eine mal nette Idee, in welche Welt man mal reingucken kann und ich finde die auch, zumindest, dass man so in so Dokus über Popmusik und so sieht, das scheint schon alles relativ, soll ich sagen, relativ nah an der Realität, ne, man hat so das Gefühl, man hat so ein bisschen alle Popstars, die man kennt, so zusammengeschmissen in eine Person, ne, man hat so ein bisschen, sicherlich so ein bisschen Miley Cyrus genommen, so ein bisschen Lady Gaga, Justin Bieber und was weiß ich und alle in eine Figur gepackt oder in einen, man hat sozusagen diese Geschichten, die die aus ihrem Leben erzählen oder auch aus diesen Drucksituationen, da gibt es ja auch schlimme Geschichten und schlimme Traumata, die da, die da, die da zu hören, zu lesen oder zu sehen sind und die hat man dann sozusagen in ein Abziehbild verwandelt und das ist unsere Sky Riley und das finde ich schon interessant, weil ich finde auch die, die Bühnenausstattung, auch die, auch sozusagen die, die, na, die Kostüme vor allem, fand ich sehr gut von ihr, ne, also sie hat so unterschiedliche Kostüme an und das, das wirkt schon alles wie, als könnte das echt eine Vorbereitung auf eine Show sein. Tänzerinnen und Tänzer, die man öfter sieht, richtig gut, also gut eingesetzt, gut gemacht, es gibt dann auch so eine Szene am Ende, die will ich vielleicht nicht vorwegnehmen, wo die, wo die Tänzerinnen und Tänzer als Teil des Monsters sozusagen eingesetzt werden, das fand ich toll gemacht, das fand ich gut gemacht, es war nicht cringy, weil man versucht hat, irgendwas da rein zu animieren oder so, sondern weil man einfach gesagt hat, hey, wir haben doch diese Tänzerinnen und Tänzer, die können wir doch einfach mal aufeinander stellen und man macht eigentlich nichts anderes und es hat trotzdem eine bedrohliche Wirkung sehr gut. Das würde ich auch sagen, die Szene, die du ansprichst, ist auch die kreativste Horrorsequenz im Film, wo dann halt einfach nur mit vielen Menschen quasi ein Horrorbild erzeugt wird, das sich auch verändert im Laufe der Horrorsequenz. Also hier hat man durchaus auch ein bisschen eine kleine Idee gehabt, die sehr gut umgesetzt wurde, die auch ein bisschen neue Bilder so erzeugt, die man so auch noch nicht gesehen hat, unbedingt. Also es gibt bestimmt irgendwelche Beispiele, wo es ein bisschen vergleichbar wäre, wo mit der Art Horror erzeugt wurde, aber das ist schon ein bisschen was, womit man jetzt nicht sofort rechnet oder so, oder so abgeschmackte Bilder, die man vielleicht schon tausendmal gesehen hat, das ist jetzt durchaus ein bisschen was Neueres. Muss ich auch sagen, das fand ich somit die stärkste Einzelszene, wenn ich mir das rausgucke. Aber ich muss am Ende sagen, es ist dadurch, dass es für mich natürlich super nah am ersten Teil ist, hat es für mich auch exakt die gleichen Schwächen wie der erste Teil. Und mir wurde eigentlich nur nochmal deutlich, warum ich den ersten Teil einfach nicht mag oder dieses Konzept auch nicht mag, wie das Parker Finn einsetzt. Ich hoffe, ich wiederhole mich da nicht jetzt, wenn ihr jetzt gerade erst die Podcast-Folge gehört habt oder so, aber ... Du wiederholst dich bestimmt, aber der Film macht es ja auch. Korrekt, korrekt. Deswegen kann ich ja auch die gleiche Kritik wieder machen. Aber ich glaube, ein Punkt, der mich besonders auch beim ersten Teil geschüttet hat, der hier auch beim zweiten Teil sehr, sehr deutlich ist, ist, dass es kaum die Handlung super undynamisch ist. Und eigentlich ab dem ersten Moment, wenn das Monster vorgestellt wird, die Skylar wird infiziert, es wird ihrer Traumattacke kurz vorgestellt, dann passiert eigentlich bis zum Ende nichts, weil es besteht eigentlich, der gesamte zweite Akt besteht nur daraus, dass sie sich erst mal so an dieses Monster gewöhnen müssen, noch nicht daran glaubt, weil was passiert hier? Ich stelle mir Sachen vor, ich habe Halluzinationen, was ist das? Ah, ein Monster. Okay, nächste Szene. Sie ist in einem anderen Setting. Ah, ein Monster vor mir. Wo ist das? Okay, nächste Szene. Was ist hier los? Ah, ein Monster vor mir. Und dann, man hat so, weiß ich nicht, sieben, acht Sequenzen, wo sie quasi von einer Horrorsequenz zu anderen stolpert, die kaum Zusammenhang miteinander haben oder wo die Handlung irgendwie weiterkommt, wo sich sie weiterentwickelt, das Monster weiterentwickelt, andere Figuren weiterentwickeln und dann ist der Film zu Ende. Und dann hat man quasi eine, wirklich eine, einfach so einen Psychotrip, wo sie einmal durch die Mangel genommen wird und das war's. Also auf der Story-Ebene passiert hier einfach gar nichts und es ist einfach so ein Abrattern von einer Horrorsequenz zu einer Horrorsequenz zu einer Horrorsequenz und das finde ich mega müdend. Also da kommt für mich nichts zusammen. Also ich kann das total verstehen, die Kritik. Ich hab aber, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, wir haben ja den Film jetzt nur einmal im Kino gesehen, beide. Und ich muss sagen, mich hat's aber währenddessen nicht gelangweilt. Also mich persönlich. Also ich würde das, was du sagst, alles sofort unterschreiben und hätte auch gesagt, jetzt, wenn ich mal gucke, jetzt gucke, wie lange der Film eigentlich war, 127 Minuten, hätte ich gesagt, für die Story hätten 90 auch locker gereicht. Absolut, ja. Aber es ist mir währenddessen, was heißt leider, es ist mir währenddessen einfach nicht so vorgekommen. Also ich hab, und es lag wahrscheinlich auch an dieser Welt, die hat mich an viele, diese, an viele Dokus. Es gibt so eine wahnsinnig gute, sehr traurige Doku über Avicii, wo es ja auch, wo es ja auch um seinen, ich weiß gar nicht, weiß man, ob es ein Suizid war, ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich glaube ja, die Vermutung ist sehr stark. Ja, aber man sieht in dieser Doku wirklich, wie er, wie auf ihm, also in welchem Druck er steht einfach, von allen Seiten. Er hat diese Pressegeschichten und tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Kameraeinstellung aus dieser Doku und die, die wir in den Momenten sehen, wo sie auf Fans trifft und wo sie im Auto sitzt und rumgefahren wird und was weiß ich, die sind relativ ähnlich. Und da hat es mich schon vom Setting sehr dran erinnert und das war für mich einfach nachvollziehbar, auch wenn es natürlich eine Welt ist, mit der ich so gar nichts zu tun habe, hat mich das aber trotzdem gut, offenbar gut unterhalten. Auch wenn die Kritik absolut, die ich dir absolut auch unterschreiben würde, dass da auf der Horrorebene nichts Neues passiert und man sicherlich drei bis vier Horrorsequenzen rausstreichen könnte, weil, und das finde ich auch, es gibt so ein paar gute, die du angesprochen hast, also die, die mit den Tänzerinnen und Tänzern, die war ganz gut. Ich fand auch dann, am Ende, müssen wir nicht so viel spoilern, da ist sie auch in so einer Einrichtung, sagen wir mal so, in so einer Feelgood-Einrichtung, eben nicht so diese typische, hm, weiß ich nicht, Horror-Klischee-psychiatrische Einrichtung, sondern halt in so einer, das ist auch so ein Werbeprospekt, äh, Werbeprospekt irgendwie auf den Tisch, ne, irgendwie Retreat, und wo man dann wieder sozusagen wieder in die Leistung reinkommen soll, ne, nach dem Motto, hier kannst du dich erholen, aber nur drei Tage und dann musst du wieder leistungsfähig sein, so. Und dann geht sie da auch raus und steht plötzlich mitten in New York auf einer Straße, ist also auch so ein Fake-Spar irgendwie in so einem Hochhaus, ähm, die dich da einfach wieder aufrichten sollen. Das hat für mich auch ganz gut funktioniert und auch, ähm, und auch so ein paar andere Geschichten waren ganz gut, aber ich glaube, man kann's echt raffen. Man könnte's wirklich raffen. Würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, hier merkt man auch total, dass Parker-Film halt aus einem Kurzfilm-Metier kommt, weil alle diese Horror-Sequenzen sind quasi Kurzfilme, die halt einfach aneinander gepappt werden, die natürlich so ein bisschen Story-Verlauf haben, aber die sind alle auch für sich alleinstehend, kannst du die so machen, ne, das ist keine, ähm, da fehlt dann irgendwie das verbindende Element, wie man von einer Szene zur anderen dynamisch kommt und dabei auch, auch was passiert. Es wird dann nur in der Mitte des Films dann eine Figur eingeführt, die offensichtlich mehr weiß über das Monster und auch einen Lösungsansatz hat, dass dann so einen Moment, okay, jetzt passiert mal was mit der Handlung, aber das wird dann erst wieder am Ende wieder aufgegriffen. Äh, ansonsten ist das halt so irgendwie mehrere Kurzfilme, Horror-Kurzfilme aneinander, äh, geschmissen und geklebt, wie halt schon auch beim ersten Teil, obwohl ich selbst bei, jetzt aus der Nachschau im ersten Teil mehr das Gefühl hatte, dass da dann irgendwann auch die Hauptfigur mehr auf die Reise gegangen ist, was dann genau dieses Monster ist und wie das funktioniert und das war ein bisschen längerer Prozess, das ist jetzt im zweiten Teil sehr kurz nur, weil man halt eine Figur hat, die wohl mehr weiß und dann der Hauptfigur das erzählt und das war's dann, ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall auch so und deswegen wirkt das auch so, man kann halt ein, zwei Horror-Sequenzen einfach easy rausnehmen und man würde es nicht merken am Film, ähm, ja. Ich hatte so ein paar nette Kameraspielereien waren mit drin, ein paar nette Kameraeinstellungen, ich finde auch, sieht an, an kaum einer Stelle wirklich irgendwie cheesy aus oder so, das ist schon alles, ergibt schon irgendwie alles Sinn, fand ich, ähm, also ich glaube, wer den ersten Film gemocht hat, der wird den zweiten auch mögen, wenn man das Setting mag, sogar noch mehr, also so geht's mir, ich fand den zweiten besser als den ersten, wer den ersten nicht mochte, dem wird der auch nicht gefallen und das ist es eigentlich. Ja, so könnte man's ganz, ganz, ganz kurz fassen, aber ja, ich finde zumindest, ja. Also Snacken kann man den zu Halloween mal, finde ich. Ja, oder gibt's noch so viele andere Horrorfilme, die man vielleicht, da finde ich, glaube ich, am Ende selbst Long Legs interessanter, auch wenn man sagt, ne, Long Legs hat, ist, scheitert mehr an dem, was er will, äh, aber der hat natürlich, der ist im Prinzip genau das Gegenteil von Smile, weil wo Smile so super kurz und raffbar ist und eigentlich nur eine ganz simple Geschichte, dann einfach mit ganz vielen Kurzfilmen, Horror erzählt, versucht halt Long Legs deutlich mehr irgendwie, ähm, eine Handlung durchzuerzählen, mit ganz vielen Elementen, wo ganz viel reingeschmissen wird, das hatten wir auch in unserer Analyse, ne. Wir haben das ausführlichst kritisiert und da waren wir einer Meinung. Absolut, alle Horror-Klinischees rein und so, ähm, und das eben, was Smile nicht macht, die quasi sich auf eine Idee konzentrieren sah, hat Long Legs quasi 50 Ideen und alles reingepresset, irgendwie hat alles eine Bedeutung, aber am Ende hat nichts eine Bedeutung und am Ende fragt man sich, was sollte das jetzt, ähm, aber es ist dann irgendwie das gleiche Ergebnis, hab ich halt bei Smile 2 auch, da denke ich mir, was sollte das jetzt, ähm, warum diese simple Idee noch so ausstrecken auf zwei Stunden, ähm, und deswegen finde ich so ein bisschen, sick kann mich schön vergleichen, irgendwie Long Legs und Smile, die aus der, äh, mit dem kompletten gegenteiligen Ansatz zum gleichen Ergebnis kommen, so ein bisschen, ähm, und beides auch dann enttäuschend für, für mich, äh, weil ich finde dann irgendwie auch bei Smile jetzt, ähm, diese Kritik, ne, natürlich daran, dass natürlich die, äh, die Sky, dass besonders die Mutter natürlich von, von, von Sky ist natürlich die, die Rabenmutter mehr oder weniger, die halt ihre Tochter bis zum Exzess, äh, oder bis zur, bis der Körper aufgibt, bis der Geist und der Körper aufgibt, sie quasi immer zum Erfolg, äh, äh, pitch, ähm, und nach vorne treibt, äh, weil sie quasi für die Karriere ihrer Tochter alles aufgegeben hat und jetzt muss sie quasi die Tochter liefern, egal was ist, egal wie sie leidet, ähm, und da ist sie natürlich irgendwie ein Bösewicht, aber auch das ist irgendwie so, hab ich auch schon so tausendmal gesehen und das findet jetzt irgendwie auch keinen neuen, äh, Aspekt irgendwie an so einer toxischen Tochter-Mutter-Beziehung, also da ist irgendwie auch, ne, und dass, dass das Showgeschäft scheiße und hart ist und Erwartung und Haltung und so, das ist irgendwie auch, ja, of course. Ich glaube, es hätte geholfen, wenn man da nicht, wenn man gesagt hätte, es ist nicht die Mutter, sondern es ist ihr Manager oder so, ne, oder ihre Managerin irgendwie, das, also das braucht diese Tochter-Mutter-Beziehung da einfach null. Ähm, ich, ich finde auch, also ich habe einen Kritikpunkt, habe ich, also er, natürlich, er schlägt sehr auf die Hauptdarstellerin ein, so, das haben wir auch schon tausendmal gesehen, ob man das zwangsläufig so machen muss, ist auch eine Frage. Ich fand, es hätte in, an vielen Stellen diese dauerhafte und, und langgezogene Brutalität nicht gebraucht, die der Film an den Tag legt. Ich habe den ersten so nicht in Erinnerung, muss ich sagen, ähm, der hatte, der hatte Stellen, aber nicht so viele, äh, die so brutal waren, ähm, da hätte mir das tatsächlich an manchen Stellen gereicht, wenn man das einfach angedrückt, und am Ende haben sie ja, den Moment will ich nicht spoilern, weil das ist so eine, das ist so, am Ende hat er nochmal so eine kleine, so ein kleines Aha, okay, deswegen, äh, so ein Moment. Wo man, da hätte man den zweiten Teil vielleicht machen können, was da passiert. Ne, das ist ja dann für den dritten. Ja, das ist ja nicht für den dritten Teil, ja. Das ist für den dritten, also das sehe ich als Bewerbung für den dritten Teil, ähm, und ich denke, wenn der nur halbwegs gut läuft, dann wird's einen geben, ähm, und da haben sie ja einmal so eine Szene drin, wo man dann nicht sagt, guck hin, da fließt Blut, so, und das machen sie aber zu oft, finde ich. Ähm, das ist dann so dieser Schock, äh, Moment, ähm, wo dann halt doch noch, es wird doch gezeigt, oder es wird dann irgendwie ganz lange stehen gelassen, damit dann doch dieses, oh, auf einmal hasst, ne, aber das ist dann natürlich auch... Da gibt's andere, sag ich mal, Elemente, die man eigentlich eher, äh, ja, weiß ich nicht, hätte nutzen können, um's gruseliger zu machen, finde ich. Äh, äh, was man aber zumindest so gut erhalten muss, das hatte ich auch mit der Kritik am ersten Teil sehr deutlich gemacht, dass diese Jumpscares absolut nicht, nicht leiden konnte, wie sie eingesetzt wurden. Da hat man jetzt im zweiten Teil eine Verbesserung, weil es sind weniger. Das stimmt. Es sind teilweise die gleichen, äh, also es gibt teilweise, also eine, äh, Telefonsequenz, nenne ich sie mal, oder man guckt sich was auf dem Handy an, Sequenz, ähm, die gibt's eins zu eins so im ersten Teil auch, und die wurde jetzt eins zu eins so auch mit dem gleichen Schockeffekt auch im zweiten Teil eingesetzt, natürlich ein kleines bisschen anderer Kontext, aber im Grunde... Aber funktioniert auch. Ja, ja, funktioniert auch. Also die paar Jumpscares, die drin waren, die waren schon, die haben schon funktioniert, fand ich. Ja, kann man, kann man machen. Und er arbeitet natürlich auch viel damit, hey, ihr wusstet, dass der erste Teil viele Jumpscares hast, jetzt, guck mal, guck mal, na, kam nicht, kam nicht, ihr habt's, ihr habt's gedacht, kommt ein, aber es kam gar nicht. Ähm, ist natürlich auch, kann man auch machen, ist auch okay, deswegen fand ich ihn auch deutlich angenehmer zum, zum Schauen, was das, äh, angeht, weil die mich dann doch sehr aufgeregt haben im ersten Teil. Da ist jetzt der zweite Teil, der nimmt sich doch etwas mehr zurück und setzt die Bedachte ein. Deswegen dafür auf jeden Fall mal ein Pluspunkt. Ähm, dafür aber so insgesamt, ach, muss ich sagen, find ich's irgendwie immer noch komisch. Es wird nicht dein, es wird nicht dein, es wird nicht mein, 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 es wird nicht mein , aber am Ende, ich werd mir trotzdem noch irgendwie den dritten Teil angucken müssen wohl. Ja, ich glaub auch, allein schon, weil wir hier dann drüber sprechen müssen. Also, ähm, ich, Schauspiel haben wir noch gar nicht besprochen, ähm, fand ich, gab's echt wenig zu meckern, muss ich sagen. Wir haben Drew Barrymore kurz gesehen als Moderatorfin. Als Drew Barrymore. Ja, als Drew Barrymore, die eine eigene Talkshow hat, äh, fand ich ganz amüsant eigentlich. Ähm, ja, Naomi Scott. Ja, Naomi Scott ist wirklich sehr gut. Wir werden, glaube ich, noch, wir werden noch von ihr sehen, denke ich. Ich hatte sie das erste Mal in Drei Engel für Charlie, äh, gesehen in dem neuen, ein Film, äh, in dem niemand wirklich scheinen konnte. Was auch am Film liegt. Ja, was total am Film liegt. Aber, ähm, ich fand sie sehr gut. Also, ich glaube da, äh, wir werden sie noch ab und zu mal sehen. Ich glaube, in Aladdin hat sie auch mitgespielt, in diesem auch echt langweiligen Disney-Neufilm. Ist sie da die Jasmin? Jasmin ist sie, genau. Da ist Jasmin, okay. Ähm, aber doch, ich denke, das wird, äh, da spielt sie sehr gut, finde ich. Ähm, und ist der, ist der der, äh, ihr Ex-Freund oder Freund aufgefallen? Äh, ist dir das, mit seinem Lächeln? Also, ich meine, er ist dann natürlich auch, weil er tot ist in der Geschichte, ähm, wurde er natürlich, dann traucht er als Vision vom Monster auf und hat er natürlich auch dann dieses Lächeln auf dem Gesicht. Aber ist dir das irgendwie bekannt vorgekommen? Nee, mir ist nur der Typ hier von Scrubs aufgefallen. Aber, ähm, was, was ist mit dem Dings? Ja, der sieht den Schauspieler sehr, sehr ähnlich, weil er das, der Sohn ist von einem berühmten Schauspieler. Ach. Ja. Sag mal. Also, wenn du es weißt, dann siehst du es bestimmt direkt in seinem Gesicht. Das ist nämlich der Sohn von Jack Nicholson. Nein. Doch. Okay. Äh, das ist nämlich, leider, weil ich den Vornamen hier auch richtig habe, das ist Ray, Ray Nicholson. Der spielt den, äh, den Freund. Äh, und er hat auch genau dieses Jack Nicholson-Lachen. Tatsächlich. Das passt natürlich auch perfekt zu Smile, ne? Das passt perfekt, ja. Deswegen eigentlich schade, man benutzt ihn nur selten. Oh ja, jetzt muss ich sagen. Du merkst. Oder? Man sieht es total. Wow. Also, total aus dem Gesicht geschnitten. Genau dieses Mächeln auch. Ja, ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Ja. Stimmt. Ja. Also, sehr gutes Casting auch mal, wenn du jemanden brauchst. Also, Jack Nicholson wäre natürlich noch besser gewesen. Aber der ist jetzt, hat, äh, schon, glaube ich, seit 10, 15 Jahren ist er raus. Ist er in Rente tatsächlich und macht auch wirklich Rente. Macht keine Filme mehr. Ähm, lässt sich einfach gut gehen. Ähm, aber wenn man dann jemanden Zweites sucht, dann kann man natürlich den Sohn nehmen, wenn er so ein ähnliches Lachen hat, weil der hat das perfekte Horrorlachen. Ja, safe. Deswegen hätte ich mir noch mehr von ihm tatsächlich gewünscht. Aber vielleicht, ich glaube, er hat noch nicht so viele Rollen gehabt. Ähm, deswegen, vielleicht ist das auch dann für ihn ein Karrierestart gewesen. Er hat noch keinen deutschen Wikipedia-Eintrag. Tatsächlich, tatsächlich. Und das, das würde was heißen. Genau. Ja, genau, ja. Aber ja, also, es ist dann auch, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ne, es ist dann halt, wenn man den ersten Teil mocht, dann kann man sich natürlich den auch wieder anschauen. Außer man erwartet jetzt wirklich auch eine Fortsetzung von dem Konzept von Smile. Also wirklich, also eine Weiterführung, weitergedacht, ganz neuer Kontext, ganz neu eingesetzt. Das ist es nicht. Es ist eher das Gleiche nochmal. Also, man kann ihn direkt auch an den ersten Teil ranheften und hätte dann irgendwie in vier Stunden einen Horrorfilm. Würde auch nicht auffallen. Ähm, glaube ich so sehr. Deswegen an sich, ja. Ich glaube, äh, ich glaube, wir werden, äh, wir werden dadurch, dass sie, wenn der erfolgreich ist, werden wir einen dritten Teil sehen, der genau da ansetzt und mit dem, womit uns der, der, äh, zweite Teil dann am Ende übrig lässt, was wir jetzt nicht spoilern wollen, ähm, das werden sie fortsetzen, denke ich. Oder, und das hat ein Freund gesagt, mit dem ich im Kino war, ähm, oder sie machen jetzt erstmal ein Sequel, damit sie dasselbe Konzept nochmal machen können. Mal gucken. Kann man natürlich auch machen, ja. Also, äh, Mixed Bag, würde ich sagen, ist unser Fazit. Äh, müsst ihr selber wissen, ob er da reingeht. Müsst ihr halt, ne? Ich würde sagen, nee, lasst es. Ich würde sagen, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, macht es auf jeden Fall. Ich war gut unterhalten. Dann guckt euch lieber Substance an, äh, auch ein Horrorfilm. Der ist aber noch ganz anders, äh, gelagert, weil das Body Horror non plus ultra ist. Äh, aber der ist interessanter. Da passieren interessantere Sachen, äh, insgesamt. Und verrückterweise, weil ich es gerade nochmal gesehen habe, weil Smile 2 ist ab 18 freigegeben. Was man, wie gesagt, aufgrund der Gewaltspitzen auf jeden Fall auch durchaus nachvollziehen kann. Aber ich finde verrückt, dass, äh, Substance als Body Horror non plus ultra, wo die absolute Widerwärtigkeiten am eigenen Körper passieren. Der ist nur ab 16 freigegeben. Ähm, da verstehe ich auch manchmal, da wäre auch wieder so ein Fall, wo ich die FSK nicht verstehe, weil, wenn ich mir das mit 16 angeschaut hätte. Und tschüss. Ähm, nochmal so als, äh, äh, Hinweis darauf, dass manchmal auch, finde ich, manchmal faszinierend, wie das bei Horrorfilmen, ähm, entschieden wird. Weil du hast natürlich hier viel Blut, Körperteile und auch Body Horror, so ein kleines bisschen. Ähm, aber halt realistisch und bei The Substance hast du so eine übertriebene Art und Weise, wie der Körper zermatert und vereitert und zerstochen wird. Aber das ist dann ab 16, weil es so ein bisschen übertrieben dargestellt ist, aber trotzdem irgendwie realistisch. Aber naja, ist manchmal auch nicht, also gerade bei Horrorfilmen, muss ich sagen, verstehe ich manchmal nicht, was dann ab 16, was bei ab 18 freigegeben ist. Ich würde sagen, wenn ihr beim Vorglühen zur Halloween-Party nochmal kurz ins Kino wollt, oder vor dem Vorglühen wahrscheinlich eher, dann kann man sich's mal als Bayern gucken. Ja, ja. Okay, wir reden nicht weiter, es reicht. Es reicht. Nächste Woche dann ohne Horror, hoffentlich, sind wir zurück, da könnt ihr euch drauf verlassen. Habt einen schönen Feiertag und eine schöne Zeit und bis dahin, dann schaut irgendwas. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.